moin leute und herzlich willkommen zurück bei arx und weibel es händet es kennt was auch immer auf alle fälle wollen wir heute mal ein bisschen heute mal ein bisschen wie immer ein bisschen bau ist ja ja ist doch scheiße ich weiß aber ich weiß nicht weil ich hab bei ihm wissen ihm ist ein stone ramp so wie man bauen muss man die man bauen eben kurz weil ich nicht weiß weil ich gerade nicht weiß verstehst du ich meine ich muss mir gucken was sie hier sieben macht was sie macht ja das sind nämlich die treppen hätten hier ein treppel machen wir hier so eine treppe oder so eine treppe dass ich im sonne treppe habe ich mag ich ja eigentlich dann würde ich ja gerne also nehme ich würde ich nehmen möchte nehmen war doch nicht so wie anders und die nicht anders oder was cool so vielleicht man so hier schräg hoch geht hat das was oder hat das nix wenn sie hier so über der ecke geht nicht das irgendwie ganz nett oder ich weiß ja nicht also ich weiß es ja nicht ich weiß es ja ist es ja immerhin ist es ja immerhin was man ein paar dinger hier bauen ein paar nicht eine wo auch so denn noch ein verdammtes scheiß ist es mir los habe ich denn nicht so viel gesammelt ist die treppe so teuer oder holz holz ist das problem holz ist der problem ja ich komme ja schon ich komme ja schon wir holen noch mal schnell holz also jetzt tut mir leid aber ich habe nicht wirklich eine idee was ich noch so machen könnten außer bauen also einfach weil die zeit fehlt um großartig was vorzubereiten immer ist das schlimme daran ist ja geil dass ihr das alles guckt oder viele ist im moment das meist besuchte hier aber aber eine zeit macht es halt unmöglich irgendwie ein bisschen zeit und lust natürlich auch ist ja klar lust fließt immer mit ein vier kann man schon was mit machen bauen wir mal die decke fertig und sowas alles und dann können wir hier oben vielleicht vielleicht hätte er jetzt gerne eigentlich sachen gemacht aber hier haben wir nämlich hier oben jetzt zum schönen ausblick erstmal und dann der sieben dahin geknallert und haben wir hier schon mal dicht oder noch immer dicht muss natürlich eigentlich ja man müsste ja man müsste ja hergehen ich würde ja gerne hier oben und kleinen dino bereich machen sage ich mal so also das ist jetzt noch nicht so wie sich das eigentlich müsste das alles noch ein bisschen darüber ein bisschen größer wir müssen größer denken wir müssen riesiger denken wir müssen einfach mehr von allem verstehst du das wäre natürlich äußerst schmackhaft das wäre natürlich richtig und jetzt dann geht es auch ein bisschen die steine aus hier muss ich sagen ja 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 was natürlich ist das hart wir sollten uns mal irgendwie wird steiniges besorgen weiß gar nicht hier laufen doch immer so kleine schnippel männer um da läuft einer jetzt sollten uns die maschine warten sie mal kurz ich hole mal eben hier die pop dann müssen wir nämlich hier in agi müssen wir nur ich weg machen dafür zwar das die bitte so wir brauchen die zwei glaube ich ich hoffe es reicht noch und dann eben nicht besser wird mal locker ja kollege wenn ich umbericht um nein nein 104 kommen ich weiß nicht was für ein level der hat der okulyt ja lauf lauf mein freund lauf nein willst du gar nicht laufen gibt es ja gar nicht der ist aber auch schwer zu treffen in den arsch hat das gerne so mag erst ich weiß es ganz genau und ich habe gar nichts zum 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 linksen hier ich bin auch wieder echt also recht das ist ja wieder richtig mäßig ich bin ein paar bären mal her mit deine bärchen haben wir was bei wo das lila ich werde bekloppt hätten wir doch eher genommen oder besser vielleicht sag ich mal was hast du dafür level 120 wird bekloppt was hat der denn 25 ja wahnsinn dass man auch so bleibt können wir so nicht machen dann müssen wir leider noch mal eben hier in spiel ins müssen das mal ändern hier das ganze rein in den arsch jawohl daneben jetzt gedacht rein in den kopf auf das schwänzle geschosse daneben geschosse daneben geschosse entschwänzle geschosse ja genau hier wirst du wohnen eines tages ja noch ein stück kommen wir haben keine zeit mehr haben auch jetzt ich glaube ich will sich ertränken ich habe gar keine pfeile mehr hallo ich muss jetzt mal reichen hier allmählich nicht ins wasser bitte nicht ins wasser bitte vorliegen orex du bist ein arschloch orex du bist ein arschloch der lebt aber noch lebt noch oder ruf er sich erlebt er noch oder er lebt es lebt oh mein guten ist immer da rein immer da rein immer da rein immer da rein er lebt ich glaube der lebt ich wollte eigentlich gar nicht weiten könnt ihr euch mal beruhigen bitte ich bin hier ganz nervös was ist denn mit meinem dödi los hier sind wir sieben der mochte ja auch ne eben reichen auch erstmal glaube ich guck mal her guck mal hin habe ich das nicht was habe ich getan habe ich die nicht genommen ich bin jetzt hingeschmissen ich kann mir mal so so nicht zu verarschen wo ist denn jetzt mein zeug ich habe das doch gerade rüber geholt hier unten ich werde bekloppt ich hoffe du erholst dich du hast jetzt mal auf hier um zu flattern du gehst nämlich auch die ein kleiner so und so muss ich machen dann gestehen lande mal bitte immer hier runter und jemand an der seite hier so wahnsinnig und so ab wie ist auch noch nicht voll kurz davor 3000 du machst mir jetzt steine den nächsten wochen in der minge steine kommen dann macht das schon sinn so ein ding zu haben und aus dem pastor jetzt zum rex die beiden werden freunde bestimmt immerhin die gleiche farbe was das theater irgendwas zu brauchen ist nämlich wir bräuchten nämlich also hier ein paar pfeile wieder das wäre nämlich nicht schlechter ein paar pfeile hätten ich habe irgendwo noch mehr davon ich weiß noch nicht wo das doofe auf heile kann man natürlich herstellen wir können ja einfach also wir könnten ja auch hier ein paar pfeile herstellen da sind sie doch die kleinen was mal in 40 ja warum nicht das ist doch viel einfacher alles klar aber wir wollen ja eigentlich auch diese wollen dass man ja auch mal dass das gewehr benutzen ist vielleicht geiler ich weiß es noch nicht haben wir es geschafft vielen dank für die genesungswünsche ich freue mich sehr also die kollegen brauchen wir nicht ne scheiße alles verschwendet was willst du machen wir können mal hier da hinten ist der blaue da gucken wir mal rein was da drin ist das tut mir sehr leid für dich 130er selber natürlich auch schon schöne sachen gewesen was haben wir hier das bist du für eine ich bin aber war nicht so dolle scorpioni dich hätte ich eigentlich gerne gehabt aber bisher um 10 level da wollen wir nicht auch nicht es wird gefährlich hier weil ich weiß ja nicht der steht ja so komisch hier haben wir daran tatsächlich da haben wir stroh ja wahnsinn das schmeißen wir schon mal aus das auch aber das sind oxidieren oder sowas ich mache ich auch weg was nehme ich mit ist nämlich schnitt ist nämlich schnitt vielen dank darfst du jetzt auflösen wir nicht natürlich alles schön auf einem fleck das natürlich beruf weil ich das nicht aufgeben möchte so unbedingt aber diese komische axt die da war da möchte mal rein ich bringe mal gucken weil das war nämlich irgendwie was muss ich den scheiß doch aufheben das ist nämlich eine steinachs oder steine wollen wir nicht steine haben dieselbe beziehungsweise haben wir noch nicht schneiden aber nicht das schön schade das wäre doch mal ein ordentliches stück stein gewesen mit dichter bestimmte 59 steine wahnsinn das hat sehr richtig gebracht mega mäßig bin ich sehr glücklich mit so ich hoffe jetzt nicht der krieg ausgebrochen was mit dir hier los oh my friend der kämpft auch schon wieder kann er ruhig soll mich nicht jucken ich werde mir hier noch ein paar bären das kann ja auch ein bisschen hören kann eigentlich alles da ist eigentlich perfekt der bursche springen kann er auch ist ja es einfach unterwegs der bursche er ist einfach klasse sagt er ist klasse nach wieder mal an hier habe ich immer ganz gerne unten eigentlich ansonsten ja würde spitz hängen und so eine normales toll hier immer die karte lagefeuer und sohn weil sie auch nicht den fisch hält sich länger frisch im system würde ich hier noch mal aus reinpacken kann so gut gebrauchen das dauert ja ewig 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 ich weiß nicht ob er noch vielleicht irgendwie sagt man auch hier wenn man eine zusätzliche betäubung brauchst du das wäre natürlich äußerst krass crazy das wäre natürlich äußerst krass und die anderen bärchen tun wir hier rein wer ließ hier reinpacken dann bin ich noch da hinten haben wir noch fleisch drin wenn man überall fleisch drin glaube ich war zum was mit acht machst du wieder theater hier so sieht es aus er kann nicht rennen warum nicht jetzt eingesammelt der bursche hier solche sachen schon wieder das ist doch alles quark so das braucht doch keine sau das brauche ich ja mensch das habe ich eigentlich vor ich wollte mal ein bisschen fleisch einsammeln beziehungsweise kapottes kapottes fleisch kapottes was mit diesel das ist auch was an bord drugs herstellen will das nicht gerne immer herrte drugs noch so was machen noch mal eine hat sich jetzt auch nicht gelohnt aber immerhin ist ja eine als wie keine als wie folgen gespielt haben wir den 17 38 ich dachte echte wäre gestorben aber ein glück lebt der neue erlebt der torpiditi ist nämlich hier doch schon ganz schön weit unten also ich weiß ja nicht wann fristen der mal wieder wissen hier 75 99 jahre also das sind der 25 ungefähr ja da müssen wir mal gucken ich weiß ich wieder weiter und da muss ja auch 30 runter oder was das könnte ganz schön lange dauern ist auch 120 jahre alt das muss man also schon mal berücksichtigen so was müssen wir noch machen ich weiß es nicht über steine wir brauchen steine wir haben keine ist es nicht herrlich ich sag's euch ehrlich wir nehmen steine mit ist so schön räume auch gimme den baum nehmen auf der 7 oder 8 aber wieder drei decken ist doch toll wenn ihr so schönen turm bauen also naja ich weiß noch nicht irgendwie irgendwie ich weiß noch nicht wie das werden wird normalerweise müsste das hier alles noch ein bisschen weiter nach rechts und so das musste viel größer werden damit so einen alten rex hier auch noch da rein passt vielleicht machen wir hier was kleineres für kleinere lümmels dass sie hier oben drauf wohnen können sozusagen ich weiß es nicht irgendwie habe ich so ich habe so einen groben gedanken im kopf aber das kann natürlich auch immer wieder anders aussehen dann weiß man ja kennt man ja das ganze ne leider da ist ein wasser weißen ist das muss man nicht ja es dauert noch sehr lange bist du aus dem atelier ist jetzt mal voll jetzt so langsam so viel live live der porsche so schon wieder geschissen dort ist er auch er ist immer noch betäubter vorne ich muss noch schluck kaffee trinken sonst wird das ziemlich kalt hier aber ich sehe auch gerade wir könnten mal eben hier beenden so ein bisschen und dann könnten wir ich weiß nicht ich musste mir eben das ist doch das sah so komisch aus und ich weiß nicht wer das wohnt weil er ist weil er war deswegen so mein stein geht er nicht doch er geht und kriegt er nicht so viele steigen raus ich könnte das natürlich alles höher drehen aber ich denke das ist ein gesundes mittelmaß und was man rauskriegt aus den ganzen geschichten nicht irgendwie dass ich will nicht weil ich will nicht einen baum pflücken um dann mir eine ganze festung bauen zu können oder sowas macht mir das finde ich ein bisschen doof auch wenn es sehr angenehm wäre muss man aussagen das ist schon angenehm aber insgesamt finde ich das eher scheiße muss auch ein bisschen was dafür tun weisse wenn man was dafür getan hat ist es nämlich umso wertvoller so sieht sie mir aus so ich würde sagen wir sehen uns nichts wollen wieder macht es gut bis dahin tschau tschau